Ihr könnt den Felsbrocken mit meinem patentierten Fels in der Kiste hineinbringen. Normalerweise würde ich ihn einfach verkaufen, aber mir sind die Materialien ausgegangen. Auf dem Gipfel südlich der Stadt sind Erdelementare aufgetaucht. Die sind eine gute Quelle für Geröll. Bringt mir genug davon, dann bezahle ich euch für die Aufstockung meines Lagers und lege noch ein Fels in der Kiste dazu. Umsonst! Kommt bald wieder! �� Ich werde das, aber das dann ein Anrufer skisterte. Ich werde das ein Schelzvonflug gemacht werden. Ich werde das alle in den Kiste. Ich werde das nicht mehr sehen. Aber erstmalig ist das Problem. Ich werde ein Anrufer sein. Aber auch in Kistein, es hilft, der Kiste von Kiste von Kiste. Das war's für heute. Zeit ist Geld. Habt ihr das Geröll? Das sollte reichen. Hier ist eure Bezahlung, wie versprochen. Es ist schön, dass ich helfen konnte.